100.000. Da machen wir mal was Besonderes. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies 100k Special Welt. Ja, wir haben es geschafft, wir sind bei 100.000 Abonnenten und ich habe nie ein so und so viel Subscriber Special gemacht. Ich finde das persönlich nicht nötig, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Video über ein tagespolitisches Thema stattdessen zu machen. Finde ich dann wichtiger für mich persönlich. Natürlich freue ich mich gleichzeitig trotzdem, dass wir mittlerweile so viele Abonnenten hier vorfinden können. So viele Leute, die meine Worte berühren oder aufregen. Beides ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, komm, für 100.000 machen wir trotzdem mal was Besonderes. Es wurde sich jetzt schon von mehreren Seiten gewünscht, dass ich mal diesen politischen Kompasstest mache. Und ich muss zum Anfang sagen, dass ich den Test eigentlich nicht mag. Ich finde, er ist zu abstrakt, er ist zu wenig in der realen Welt verankert. Viele Fragen sind zu doppeldeutig und politische Einstellung allein auf zwei Achsen festzuschreiben, ist in meinen Augen zu kurz gedacht. Zu wenig komplex und wird auch nicht der Komplexität der realen Politik wirklich gerecht. Bei mir kommt es immer auf die spezielle Frage an, ob ich mir mehr staatliche Intervention wünsche oder nicht. Auch wenn ich mir generell gesehen möglichst wenig davon wünsche, muss natürlich trotzdem irgendjemand die Entscheidungen für Gesetze treffen. Und deswegen möchte ich eine kurze Kritik vorab schicken an diesen Test, an dieses Zwei-Achsen-Modell. Es gibt sicherlich bessere Tests. Es gibt zum Beispiel den Test Eight Values, der das zumindest versucht, noch ein bisschen mehr zu differenzieren. Auf einer ökonomischen Achse, die zwischen Wohlstand und Umverteilung rangiert. Auf einer diplomatischen Achse, die zwischen eher Krieg oder eher Frieden differenziert. Auf einer zivilen Achse, die zwischen libertär und autoritär unterscheidet. Und auf einer gesellschaftspolitischen Achse, die zwischen Tradition und Fortschritt unterscheidet. Aber auch hier kommt es bei jeder Frage auf eine realpolitische Sache an, um sich da wirklich ehrlich einordnen zu können. Kein normal denkender Mensch wäre gegen Fortschritt. Man muss sich aber erstmal anschauen, wie genau sieht denn dieser Fortschritt aus? Besteht er darin, dass ich dem E-Girl bei TikTok jetzt eine Eiscreme spende und sie antwortet mit Eiscreme-Yam-Yam? Ja, dann doch lieber die Tradition. Bei komplexen Fragen ist das schwer, weil sie kein in der realen Welt verankertes Beispiel vorweisen können. Es ist immerhin ein bisschen mehr. Reicht das vollkommen aus? Weiß ich nicht. Wenn all diese Modelle sich immer auf abstrakte Ideen beziehen und nicht wirklich realpolitisch, ja in der materiellen Welt verankert sind in ihren Fragen, dann weiß ich nicht, wie groß der Erkenntnisgewinn ist. Wir haben zwar nicht nur links und rechts, sondern auch autoritär und libertär hier zum Beispiel bei diesem Test. Doch auch diese Konzepte sind halt sehr vage und abstrakt. Ich glaube, es gibt keinen weiten Konsens darüber, was diese Begriffe heißen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Achsen links und rechts vollständig von ihren libertär- und autoritären Achsen zu trennen sind. Linke und Rechte sollten sich ja eigentlich, wenn dieses Modell akkurat wäre, darüber einig sein, was libertär oder eher autoritär ist. Doch das sind sie nicht. Ne, fragt mal einen grünen Politiker, ob er sich selbst für liberal und freiheitlich hält und fragt ihn danach, wie er es dann vereinbaren kann, den Leuten immer mehr Verbote aufzubürden. Das, ja, es funktioniert nicht so gern. Wir sehen also nicht wirklich einen Konsens über Libertarismus zwischen in Anführungszeichen links- und rechtslibertären. Manche würden sagen, diese Achse würde eine soziale oder kulturelle Dimension messen, bei denen libertäre Werte eher für Gleichberechtigung und Antirassismus stehen oder für Legalisierung gewisser Substanzen, ja und die freie Nutzung dieser. Und die Autoritäre sei der Gegenpol zu diesen sozialen und kulturellen Fortschritten. Diese Dichotomie scheint erst plausibel, gerade zwischen rechtslibertären und rechtsautoritären. Aber diese soziale und kulturelle Dimension missversteht, glaube ich, die Linke. So stimmen Anarchisten und Kommunisten, also die linksliberalen und linksautoritären, in denselben Punkten überein, die sich mit den kulturellen und sozialen Fragen beschäftigen. Links unterscheidet sich dort lediglich darin, welche Rolle der Staat beim Erbreichen des Kommunismus spielen soll. Deswegen sagen andere, diese Achse beschreibt, wie sehr der Staat in die Leben eingreifen soll. Wobei die Libertären eher gegen staatliche Interventionen und dagegen die Autoritären für mehr Intervention vom Staat sind. Abstrakt gesehen ist das alles ganz schön, ich weiß, doch wenn man sich anschaut, wie eine anarcho-kapitalistische Vision durchgesetzt wird, mit einem privaten Staatsapparat, der alles organisiert und steuert, dann ist das ja halt auch ein Staat, der auch Steuern erhebt. Ist das dann nicht auch irgendwie autoritär? Nur halt kleiner. Und wenn ich jetzt einen Linkskommunisten den Test machen lasse, landet er mit Sicherheit immer, egal wie autoritär er ist, im Quadrant links unten, also bei linkslibertär. Weil Anarchisten und Kommunisten auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Doch dieses Modell kann keinen Übergangszustand abbilden. Es suggeriert auch, es gäbe etwas Linkeres als Anarchismus oder Kommunismus. Aber das Modell kann uns nicht erklären, warum wir diese Position nicht in der realen Welt vorfinden. Diese Modelle können nie akkurat abbilden, wie man steht, weil sie zuerst im Abstrakten entstehen, mit abstrakten Ideen, die doppeldeutig sind, bevor versucht wird, sie auf die materielle Welt anzuwenden. Keines der Modelle kann die wahre Komplexität echter Politik darstellen. Man müsste also erst mit der materiellen, menschlichen Realität beginnen, wenn man so ein Modell entwerfen wollte. Abgesehen davon, wie gesagt, sind diese Fragen für mich teilweise zu doppeldeutig und auch sehr geframed, sodass sie dich eigentlich so gut wie immer in den Bereich links unten reinzudrücken scheinen. Ich habe den jetzt zweimal mit demselben Ergebnis gemacht in den letzten Jahren, was immer zutage gefördert hat, ich bin linkslibertär. Würden meine Kritiker dem zustimmen? Wahrscheinlich nicht. Würde ich dem selbst zustimmen? Wahrscheinlich auch eher weniger. Weil dann würde ich ja die Linke wählen, ne? Das soll uns also von der Kritik reichen. Machen wir also den Test. Und ich sage dazu, ich werde wahrscheinlich immer wieder realpolitische Beispiele anführen zur Begründung meiner Entscheidungen, weil es sonst wirklich zu abstrakt ist und schwer zu erklären ist, warum man da oder da steht. Nun gut, also erste Frage. Wenn die wirtschaftliche Globalisierung unvermeidlich ist, sollte sie in erster Linie der Menschheit und nicht den Interessen transnationaler Konzerne dienen. Ja, also unvermeidlich scheint sie zu sein, würde ein Schwurbler sagen. Und bisher hat bei jeder großen Krise der Profit irgendeines Konzerns auch eine Rolle gespielt. Ja, war die notwendige Folge dieser Krise. Wir erinnern uns an die letzten Jahre. An dieser Stelle ja, also dem Ideal, dass es den Menschen dienen sollte, wenn es unvermeidlich wäre. Ja, dem kann ich zustimmen. Ja, natürlich. Aber kann man global entscheiden, was für alle Menschen gut ist? Ja, sehen das die Menschen nicht individuell anders? Das wäre eine andere Frage. Nächste Frage. Ich würde mein Land immer unterstützen, egal ob es richtig oder falsch war. Nein, das ist eigentlich eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Ich entscheide immer aufgrund der momentanen politischen Lage, ob ich das richtig finde oder falsch, mein Land zu unterstützen in dem, was es tut. Momentan finde ich es falsch. Aber das natürlich auf die Regierung bezogen. Also da muss ich entschieden wieder sprechen. Würde man jetzt zum Beispiel die Wehrpflicht reaktivieren und mich einziehen, würde ich das mit mir machen lassen? Freiwillig? Ja? Würde ich für unsere Belange jetzt gerade kämpfen? Nein. Niemand wählt sein Geburtsland. Daher ist es, so schreiben sie hier, dumm stolz darauf zu sein. Ja, auch hier wieder eine Frage, die halt unabhängig vom politischen Spektrum, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, eigentlich alle betrifft. Die Demokraten und Republikaner sind sich einig darüber, dass sie stolz auf die USA sind. Eins der Hauptkriterien, gewählt zu werden als Präsident, ist zum Beispiel, ein großer Patriot zu sein. Eins der Hauptkriterien. Zumindest die glaubwürdige Verkörperung des Patriotismus. Also nein, es ist in meinen Augen nicht dumm, wie sie hier schreiben. Es ist notwendig. Ich sehe diesen Stolz aber auch als eine Art Bescheidenheit. Ja, die Gewissheit, Teil eines Größeren zu sein, eines identitätsstiftenden Konzepts einer Nation. Was dich selbst aber natürlich auch als Politiker dazu bringen sollte, das Beste für dein Land zu wollen. Wenn ein Politiker nicht hinter seinem Land steht, nicht stolz darauf ist, wie soll er denn authentisch Gutes für sein Land tun? Für seine Leute, die sich unter diesem Konzept Nationalstaat in ihrer Identität vereinigt fühlen. Also nein, ich finde das nicht dumm. Und auch wenn Deutschland da ein großes Problem mit hat, die meisten anderen Länder sind in der Masse, wenn man ihre Leute fragen würde, stolz darauf, aus diesen Ländern zu kommen. Also da muss ich entschieden widersprechen. So, jetzt steht hier, unsere Rasse hat im Vergleich zu anderen Rassen viele überlegende Eigenschaften. Was soll das denn heißen? Es gibt doch gar keine Rassen. Entschieden widersprechen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir alle kennen den Unterschied zwischen einem Japaner und einem Aborigine, das sollte klar sein. Aber ich glaube, auf dieser Ebene muss keine Politik gemacht werden. Von daher widerspreche ich da auf jeden Fall entschieden. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, schreiben sie hier. Naja, das können wir jetzt zum Beispiel an einem realpolitischen Thema, jetzt zum Beispiel der Selbstbestimmungsgesetz-Diskussion entscheiden. Ja, da wären Leute, die eigentlich gegen meine Standpunkte sprechen, wie eine Frau Alice Schwarzer, in dieser Thematik auf meiner Seite. Genauso wie aber auch die meisten normal denkenden Menschen in Deutschland. Von daher, was heißt denn Freund? Zweckbündnis und danach bekämpfen wir uns wieder gegenseitig. Also ist das wirklich ein Freund oder eher eine Zweckgemeinschaft? Ich glaube, bin da verschiedener Meinung. Wobei, ich versuche mich hier immer recht absolut einzuordnen. Man kann wahrscheinlich bei jeder Frage verschiedener Meinung sein. Also bringt uns aber kein gutes, eindeutiges Ergebnis. Von daher würde ich entschieden widersprechen. Ich würde eher sagen, vielleicht höchstens ein Komplize, aber auch nur vorübergehen. Militärische Maßnahmen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt, schreiben sie hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Völkerrecht wert, wenn es keinen Gerichtshof gibt, der dort wirkliche Urteile, die dann auch bindend für das jeweilige Land, was gegen das Völkerrecht verstößt, beschließen kann. Ich meine, Obama hat auch Krieg gegen Libyen angefangen, verstößt damit gegen den NATO-Angriffspakt und kriegt trotzdem einen Friedensnobelpreis. Also was ist das wirklich wert? Gab es da Konsequenzen? Die Antwort ist nein. Also wenn man das Völkerrecht jetzt für voll nehmen würde und es gäbe eine Institution, die das wirklich bestrafen würde, wenn man dagegen verstoßen würde, dann würde ich wahrscheinlich vollkommen zustimmen. Von daher mache ich hier jetzt einfach mal den NPC, aber nur unter der Prämisse, dass es hier wirklich eine Institution hintergebe, die das auch durchsetzt und bei Verstoß wirklich ahndet. Mittlerweile kommt es zu einer besorgniserregenden Verschmelzung von Information und Unterhaltung. Ja, auch hier gibt es wieder zwei Standpunkte. Also Infotainment, also unterhaltsame Informationssendungen, vermitteln natürlich die Information auf eine verdaulichere Art und Weise. Ja, es ist nicht so trocken. Jeder von euch, der mal in der Schule war, wird wahrscheinlich wissen, dass der Unterricht am meisten Spaß gemacht hat, der auch gleichzeitig der war, in dem man das meiste gelernt hat. Warum? Weil der Unterricht sich nicht so angefühlt hat, als müsste man etwas lernen. Man hat in Verbindung mit Entertainment gelernt. Und das macht guten Unterricht und auch gute Videos aus. Na, hier auf YouTube. Gerade zu trockenen politischen Themen. Also diese Verschmelzung finde ich weniger besorgniserregend. Ich finde eher die Verschmelzung zwischen öffentlich-rechtlicher Satire und Propaganda besorgniserregend. Also von daher würde ich, ja, wahrscheinlich widersprechen. Information kann auch sehr unterhaltsam sein. Vor allem, weil man sie so besser verdauen kann. Machen wir mal weiter. Wir kommen also zur Wirtschaft. Und das ist nicht mein Fachbereich, meine lieben Freunde. Letztlich sind die Menschen eher nach Klasse als nach Nationalität gespalten. Ich meine, was ist das wieder für eine Frage? Gibt es eine Spaltung im Land, wenn es um Wohlstand geht? Ja. Gibt es eine Spaltung im Land, wenn es um verschiedene Nationalitäten geht, die in diesem Land leben, die Parallelgesellschaften bilden? Ja, auch ja. Also hier fragt man eigentlich danach, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, eine Umverteilung zu haben, die uns was den Wohlstand angeht, auf eine Ebene stellen? Was nicht realistisch ist und auch unfair. Oder? Also, oder nach Nationalität gespalten? Also, ja, beides. Also, ich würde da einfach sagen, verschiedener Meinung. Diese Frage ist halt wieder viel zu abstrakt. Denn man sucht immer realpolitische Beispiele dafür. Was sorgt denn gerade für die größten sozialen Zerwürfnisse in dieser Gesellschaft? Das sind wahrscheinlich die verschiedenen Nationalitäten und Parallelgesellschaften und nicht der Wohlstand. Hier würde wahrscheinlich jemand, der wirklich schlecht situiert ist, sagen, ja, die Klasse. Also von daher, na gut, wir machen mal die nächste. Die Kontrolle der Inflation ist wichtiger als die Kontrolle der Arbeitslosigkeit. Ey, was das hier für Dichotomien sind, ne? Auch hier, Leute, ey, keine Ahnung. Ich bin ja ganz ehrlich mit euch. Wenn die Inflation so hoch ist, dass man sich trotz Arbeit für das Geld dann nicht mehr was leisten kann, also kann man ja auch genauso gut arbeitslos sein. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht so, als hätten wir hier zu wenig Arbeitsplätze. Wir haben nur zu wenig Leute, die arbeiten wollen. Also auch hier bin ich wahrscheinlich verschiedener Meinung. Ich kann mich da nicht klar einordnen. Da Unternehmen nicht darauf vertrauen können, dass sie freiwillig die Umwelt schützen, benötigen sie eine Regulierung. Wenn es um Umweltschutz geht, also, dass man nicht seine Abwässer in irgendwelche Naturschutzgebiete ableitet oder so, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass wir das blöd finden und dass das reguliert werden muss, wäre ja noch schöner, wenn jedes Unternehmen seine giftigen Abfälle einfach in die Natur schütten könnte und keiner sie dafür bestrafen würde. Also da würde ich wahrscheinlich voll und ganz zustimmen, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sie diesen Begriff hier, ja, diesen hier, auch auf ein ganz anderes Krisenthema beziehen würden heutzutage. Das tue ich an der Stelle nicht, wenn es um Umweltschutz geht und den trenne ich ganz klar von einem anderen Themenbereich, ja, der momentan groß gemacht wird, dann stimme ich voll und ganz zu. Von jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen ist eine grundsätzlich gute Idee. Okay, das muss ich mal einmal auf Englisch übersetzen. Ich glaube, dass es wahrscheinlich ein anderes, ein anderer Sinn sich hier ergibt. Wahrscheinlich stimme ich hier auch zu. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Ich bin für den freien Markt, ich bin für möglichst wenig staatliche Interventionen in dem Markt, weil das immer eine Instrumentalisierung für politische Ziele beinhaltet. Und die Menschen, die Unternehmen aufbauen, sollten die gerne so führen dürfen, wie sie können. Der Markt regelt das, wenn sie es schlecht tun. Wenn die Arbeitsverhältnisse, die sie schaffen, schlecht sind, dann werden sie nicht erfolgreich sein. Es gibt da auch nicht wirklich immer ein Gut oder Schlecht. Freiheit auf der anderen Seite bringt oft Nachteile für die andere Seite. Das ist nun mal manchmal so, aber ich bin für einen freien Markt für möglichst wenig staatliche Interventionen. Ich finde nicht, dass der Staat eine planwirtschaftliche Steuerung der Wirtschaft und des Marktes anstreben sollte. Von daher stimme ich da voll und ganz zu. Es ist ein trauriges Spiegelbild unserer Gesellschaft, dass etwas so Grundlegendes wie Trinkwasser heute ein in Flaschen abgefülltes Markenprodukt ist. Hä? Ja, keine Ahnung. Also ich würde wahrscheinlich auch kein Wasser kaufen, wenn ich einen Brunnen im Garten hätte, aber den hat ja keiner. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich trinke primär einfach stilles Leitungswasser. Es gibt ja auch viele Leute, die dann immer Wasserkästen durch die Gegend schleppen und ihr Auto damit vollpacken. Bin ich nicht so der Typ für, mir reicht ein Glas Wasser oder eine Trinkflasche, die ich mir am Wasserhahn vollmache. Ich weiß nicht, inwiefern das traurig ist. Ich meine, freu dich doch, dass du überall Wasser kaufen kannst, wenn gerade kein Brunnen in der Nähe ist oder kein Wasserhahn. Ich verstehe schon, das hat hier so eine menschenrechtliche Perspektive. Ja, oh, es muss überall Wasser geben. Ja, ich weiß ja nicht, wie in einer öffentlichen Stadt zum Beispiel so in einer Fußgängerzone ein Wasserspender aussehen würde, wenn der da ein Jahr lang steht. Der wird wahrscheinlich auch für andere Dinge benutzt werden. Von daher, ja, ist schon in Ordnung. Ich glaube, es gibt traurigere Spiegelbilder unserer Gesellschaft als das. Also nein, da widerspreche ich. Land sollte keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann. Doch, natürlich. Grundbesitz ist ein Bestandteil von Unabhängigkeit. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist die sicherste Investition, die man machen kann, Land und darauf stehende Immobilien. Das Eigenheim natürlich auch. Nicht zuletzt auch etwas, was man uns immer mehr wegnehmen möchte. Du sollst nichts besitzen und glücklich sein, würden böse Stimmen munkeln. Wobei ich da auch einen differenzierteren Blick drauf habe. Gehört den Politikern wirklich das Land oder gehört es eher den Menschen, die darauf leben? Das ist eine Frage, auf der man rumdenken kann, aber grundsätzlich, na klar, also wem gehört es dann? Es wird immer jemand Besitz darauf anmelden und sich das aneignen. Von daher, es wird notwendigerweise immer in die Richtung laufen, dass wir Land besitzen und kaufen können. Von daher stimme ich zu. Es ist einfach eine Realität. Es ist bedauerlich, dass viele persönliche Vermögen von Menschen gemacht werden, die einfach Geld manipulieren und nicht zur Gesellschaft beitragen. Ja, ich verstehe schon, was damit gemeint sein soll. Es gibt diese Menschen sicherlich. Das Ding ist halt nur, wer soll die Institution sein, die entscheidet, ab wann jemand Geld manipuliert? Und welche Leute stellen wir in diese Institution? Also ist das bedauerlich? Von mir aus. Es ist aber auch die Freiheit der Menschen, sich selbst zu bereichern und zur Gesellschaft nichts beizutragen. So liberal bin ich. Natürlich muss man da noch nicht den größten gesellschaftlichen Rückhalt dafür dann erwarten. Ich glaube, präziser kann ich das nicht beantworten. Also bedauerlich ist es sicherlich, ja. Wobei es mir wiederum zu wenig Konkretes. Ich brauche ein konkretes Beispiel, um da wirklich klarer Meinung zu sein. Ich meine, wenn jemand klug spekulieren kann und damit seine Kohle an der Börse macht, ist doch schön. Dann haben die Wirtschaft halt verstanden. Protektionismus ist manchmal im Handel erforderlich. Was wäre Protektionismus im Handel? Protektionismus ist eine Form der Handelspolitik, mit der ein Staat durch Handelshemmnisse versucht, ausländische Anbieter auf dem Inlandsmarkt zu benachteiligen, um inländische Anbieter vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Im Gegensatz ist der Freihandel. Ja, auch hier wieder eine Frage, wo man abwägen muss, ne? Sollte ein Land am Ende des Tages das Beste für seine Leute und für die eigene Wirtschaft wollen? Und da dann lokale Händler bevorzugen? Oder sieht man das Ideal des freien Marktes darüber? Hier steht aber auch, dass es manchmal erforderlich ist. Ich glaube, es könnte von zu großer Abhängigkeit schützen. Wobei, wie gesagt, Wirtschaft ist nicht mein Hauptthema. Bin da nicht drin. Ich würde zustimmen, dass das manchmal erforderlich ist. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn ein Land sich zu einem großen Teil auch selbst versorgen kann in seiner Wirtschaft. Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens sollte darin bestehen, seinen Aktionären Gewinne zu erwirtschaften. Naja, und das Unternehmen sollte die Leute halt auch über die Runden bringen, nicht wahr? Wobei die andere Sache ist, wenn ich das als Arbeitnehmer merke, ich werde hier ausgebeutet, denen geht es nur darum, dass die Aktionäre Gewinne erwirtschaften, dann kündige ich halt. So, dann sehen die in meinen Augen schon, wohin das führt. Solange beide zufrieden sind, Aktionäre und die Arbeitnehmer, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles tutti. Es ist halt wahrscheinlich ein Drahtseilakt. Wie gesagt, da stecke ich nicht ganz drin. Ich denke aber nicht, dass es die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens sein sollte. Das Unternehmen sollte auch gut sein für die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Die Reichen werden zu hoch besteuert. Ja, ich bin ein Verfechter der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt für mich, jeder zahlt dieselben Steuern. Ich lehne so etwas wie eine Reichensteuer ab, man wird effektiv dafür bestraft, wohlhabend zu sein, für Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, für Wohlstand, den man geerbt hat, den aber dafür die Eltern erarbeitet haben. Zum Beispiel so eine Erbschaftssteuer oder so, finde ich persönlich auch schwachsinnig. Ich finde, das ist eine Idee, die von Neid geprägt ist. Geld ist sicherlich nicht alles in dieser Welt, aber gerade die Leute, die sagen, dass Geld nicht alles sei, wollen meistens die Reichen höher besteuern. Wohlstand zu erben ist das eine, aber Wohlstand dann halten zu können, das ist die wahre Challenge. Und da denke ich zum Beispiel an die Familie Bubarts, die Lottomillionärsfamilie. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Ich meine, die haben ungefähr vier, fünf Millionen damals im Lotto-Jackpot gewonnen. Die Kohle gab es dann auf die Hand und diese Leute hatten gar nicht die Kapazitäten, mit diesem Geld umzugehen. Die haben das direkt rausgeschmissen, haben sich eine Villa gekauft für vier Millionen oder so oder für zwei Millionen und haben dann gar nicht mit einberechnet, dass sie das gar nicht halten können mit dem Einkommen, was sie abgesehen davon haben. Die hätten sich das monatlich einteilen können, hätten den Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten müssen, haben es aber nicht gemacht. Die haben sich eine Kartbahn in den Garten gebaut. Also reich zu sein, heißt noch lange nicht, dass man mit dem Geld umgehen kann. Und um nochmal zur Grundsatzfrage zurückzukommen. Wenn es eine Reichensteuer gibt, lehne ich sie ab. Ich bin dafür Gerechtigkeit. Und wie gesagt, in meinen Augen ist Geld bei weitem nicht alles. Also dem würde ich eher zustimmen. Wer zahlungsfähig ist, soll Zugang zu höherer medizinischer Versorgung haben. Auch wieder eine Frage, wo ich ein reales Beispiel bräuchte. Ich glaube, egal wie zahlungsfähig man ist, der medizinische Komplex, Krankenhäuser sind allgemein immer überlastet. Ich glaube nicht, dass man da 100 Euro auf den Tisch legen kann und dann irgendwie bevorzugt behandelt wird. Sollte das möglich sein, ist halt eine Frage, die sich erübrigt. Es ist so, wenn man sehr wohlhabend ist, sehr reich ist, da kann man das halt auch mal privat finanzieren. Den besten Chirurg im ganzen Land zu bekommen für seine Leiden. Gleichzeitig ist aber auch jedes Menschenleben gleich viel wert und gleich schützenswert. Aber da man sich in der heutigen Welt alles kaufen kann, und das hier auch eine Realität ist, auch im medizinischen Sektor, muss ich sagen, dass ich dazu stimme, weil es halt die Realität ist. Man kann alles kaufen, auch medizinische Versorgung. Und jemand, der halt nicht so viel Geld hat, sollte halt gut auf seine Gesundheit achten. Klingt jetzt hart von mir, aber es ist ja nun mal so. Außerdem haben wir hier ja ein solidarisches Krankenkassensystem. Also erübrigt sich diese Frage vielleicht ein bisschen, aber gut. Ich würde hier mal zustimmen, einfach weil es so ist, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Regierungen sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit irreführen. Das Ding ist, wenn herauskommt, dass ein Unternehmen die Öffentlichkeit irreführt, was ja die Grundlage dieser Frage ist, wenn das investigativ-journalistisch aufgedeckt wird oder irgendetwas in dieser Art, ja, also, dann wird das schon der Markt regeln in meinen Augen. Die Leute sollen sich in meinen Augen frei dazu entscheiden können, unterstütze ich dieses Unternehmen, sehe ich diesen Verstoß so dramatisch oder nicht? Also es müssen in meinen Augen die Menschen entscheiden, weil wo kämen wir denn dahin? Ja, dann hast du eine Regierung, die hat ein Problem mit diesem Wirtschaftssektor, die möchte einen anderen Wirtschaftssektor steuern und pushen und groß machen, je nachdem, welche Krise momentan aufgewärmt wird. Dann sieht man eine Unsauberkeit bei einem der Unternehmen, irgendein kleines, dreckiges Geheimnis. Und es reicht dann schon, die richtig schön zu bestrafen und auszustechen. Also das wünsche ich mir dann noch nicht. Von daher widerspreche ich dort entschieden. Wenn herauskommt, dass die Öffentlichkeit irregeführt wird, dann sollen die Kunden entscheiden, ob sie dieses Unternehmen unterstützen oder nicht. Und seien wir ehrlich, meistens entscheiden sie sich trotzdem für den Konsum. Das einen freut, ist immer das andere Leid. Das ist in der Welt so. Es gibt nie Dinge, die gut für alle Menschen gleichzeitig sind. Irgendein Vorteil von mir ist immer schlecht für irgendjemand anderen. Ein wirklich freier Markt erfordert Beschränkungen der Fähigkeit, räuberischer multinationaler Konzerne Monopole zu bilden. Ich bin ja eher ein Mensch, der der Idee der Globalisierung sehr skeptisch gegenübersteht. Die Sache ist ja nun mal die, ist ein Markt denn noch frei, wenn er beschränkt wird? Ich meine, wir haben ja auch im Social-Media-Sektor gewisse Monopole, gerade wenn es um Videoplattformen geht zum Beispiel. Also auch hier, wer macht denn diese Beschränkungen? Ja, das wird dann wieder ein Staat sein oder eine supranational organisierte Institution, weil es sind ja auch multinationale Konzerne, die da Monopole bilden. Auch da gehen wir wieder aus dem nationalen Sektor raus. Eine sehr komplexe Frage an dieser Stelle. Ich bräuchte auch hier wieder ein konkretes Beispiel. Ich bin da an der Stelle jetzt einfach mal verschiedener Meinung, aber aufgrund meines Unwissens. Das gebe ich hier offen zu. Nächste Seite. Werfen wir nun einen Blick auf einige ihrer persönlichen sozialen Werte. Also, ein Schwangerschaftsabbruch sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Frau nicht gefährdet ist. Da stimme ich voll und ganz zu. Frage mich an der Stelle auch, wie der Standpunkt von Veganern zu dieser Frage ist. Ich meine, wenn man für wehrlose Tiere einsteht und sich gegen ihr Leid ausspricht, wie sehen die Leute das eigentlich bei ihrer eigenen Spezies? Ist nur so aus Interesse mal eine Frage. Aber ja, natürlich. Ich finde nicht, dass ein Kind dafür bezahlen sollte, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Dafür bezahlen sollte mit seinem Leben. Ich finde, man muss die Konsequenzen für seine Handlungen tragen. Ich finde, man darf es nicht von einer Laune abhängig machen, ob man eine Schwangerschaft abbricht. Sollte das Leben der Frau gefährdet sein, dann kann ich das eher nachvollziehen. Aber abgesehen davon ist dieser Schwangerschaftsabbruch in der Regel eine Entscheidung aus Bequemlichkeit. Ich glaube, wir reden über 95 Prozent der Fälle oder so, bei denen es eine Beratungsentscheidung war. Also man sich einfach entscheidet, nein will ich nicht, meine Lebensverhältnisse passen dazu gerade nicht. Die Sache ist die, man bekommt vom Staat Geld dafür. Man kriegt das auch hin, auch wenn die Aufgabe zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter sicherlich schwer ist. Muss man dann wiederum fragen, na gut, welche Lebensentscheidungen haben denn dazu geführt, dass du ein Kind zeugst mit jemandem, der nicht gut für dich ist? Muss man für die Konsequenz dieser falschen Entscheidung nicht auch gerade stehen? Sollte dafür ein Kind mit seinem Leben, also in meinen Augen nicht. So, jede Autorität sollte in Frage gestellt werden. Wenn man das so verstehen möchte, und hier sind wir bei der Doppeldeutigkeit, dass man hinterfragen muss, will diese Autorität denn das Gute für mich oder für sich? Oder sind diese beiden Belange gut ausgewogen? Dann würde ich sagen, muss man bei jeder Autorität diese Frage stellen. Ich meine, wenn ich Autoritäten nicht in Frage stellen würde, worin würde mein Content bestehen? Also klar, natürlich sollte man Autoritäten immer in Frage stellen. Um danach zum Ergebnis zu kommen, finde ich gut oder nicht. Hier sind wir bei einem Gesetz, was wir aus der Tora kennen tatsächlich. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt es hier. Das war, soweit ich weiß, damals ein Gesetz, was im Judentum eingeführt wurde, tatsächlich auch als Abschwächung. Damals war es so, du nimmst mir mein Kamel, dann nehme ich dir halt deine Frau. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, du nimmst mir mein Kamel, dann nehme ich dir dein Kamel weg. Es war Gerechtigkeit. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ausgleichende Gerechtigkeit. Kalkuliert natürlich eine Form der Vergeltung mit ein, die ich zu einem gewissen Grad für einen natürlichen Instinkt auch des Menschen halte. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass es in der Dynamik zwischen Volk und Führungsriege wahrscheinlich so zugehen sollte. Es sind in den letzten Jahren Dinge geschehen, auch in diesem Land, die wir der Regierung nicht einfach so vergeben sollten. Wenn man das jetzt auf persönlicher Ebene sieht, kann man das auch wieder anders betrachten. Während ich der Meinung bin, dass man für die politischen Verfehlungen der letzten Jahre zur Rechenschaft gezogen werden muss, ist es im persönlichen Umfeld wahrscheinlich was anderes. Wenn ich jemandem etwas nicht vergeben kann, dann trage ich das halt den Rest meines Lebens mit mir rum. Vergebung befreit nicht den, der die Tat ausgeübt hat, sondern auch den, den diese Tat zuteil geworden ist. Also ich sehe Vergebung als eine Form von Befreiung an, auch wenn dies immer noch von der einzelnen Frage abhängt. Grundsätzlich muss man sich hier nämlich auch fragen, ist dieser Satz nicht einfach Gerechtigkeit in seiner Reinform? Du nimmst mir mein Glas Wasser weg, dann nehme ich dir dein Glas Wasser weg oder nehme ich mir das Glas Wasser zurück? Auch hier kommt es wieder auf den Sachverhalt an. Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich zustimmen, das ist Gerechtigkeit. Wenn jemand mich zum Beispiel körperlich angreifen sollte und ich mich dann körperlich zur Wehr setze und das nicht einfach über mich ergehen lassen sollte und dann vergebe in meiner endlosen Gnade, dann bin ich immer noch nicht, auch wenn ich diese Gegenwehr mit derselben Intensität leiste, moralisch auf derselben Ebene wie der, der mich initial angegriffen hat. Ich verteidige mich. Und mit dieser Reaktion muss ich natürlich auch rechnen, sollte ich selbst jemand sein, der andere angreift. Also von daher stimme ich diesem Grundsatz erstmal zu. Bin aber auch der Meinung, dass in gewissen Fällen, es kommt auf die Frage drauf an, Vergebung wahrscheinlich der richtige Weg ist. Gerade gegenüber den Mitmenschen jetzt, man hat uns ja durchaus in den letzten zwei Jahren hart gespalten. Wenn da jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, Clowny, das war damals krass, ich entschuldige mich dafür, dann möchte ich dafür keine Vergeltung üben. Dann breite ich meine Arme aus und sage, komm her, dich habe ich noch nicht verloren. Gut, soviel zu der Frage. Vom Steuerzahler sollte nicht erwartet werden, dass er Theater oder Museen unterstützt, die auf kommerzieller Basis nicht überleben könnten. Ja, wobei ich Theater und Museen einmal ersetzen würde durch das Wort öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Warum sollen die Steuerzahler dazu genötigt werden, ein Produkt zu unterstützen, was keiner wirklich mag? Sei es ein Museum, in das keiner reingeht, was einfach nur an Leben erhalten wird und die Leute das eigentlich gar nicht wollen. Oder der öffentlich-rechtliche, wo einem halt immer wieder die GZ abgezwackt wird und man sich nicht dagegen entscheiden kann. Ich verstehe, dass der Staat Steuern braucht. Ich verstehe auch, dass der öffentlich-rechtliche irgendwie finanziert werden muss. Das könnte man aber auch durch Steuergelder machen, in meinen Augen. Dafür wäre das Geld da. Dieser Komplex wäre auch nicht so aufgeblasen wie heute. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief in die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen als solchen gehen. Die Idee kann jeder gut finden, wie es gerade läuft. Nein, auf keinen Fall. Also ja, ich stimme dem voll und ganz zu, das sollte nicht erwartet werden. Was wir alles für Einrichtungen unterstützen, die selbst nicht wirtschaftlich sind und auf kommerzieller Basis nicht überleben könnten. Es ist unvorstellbar. Schulen sollten keine Präsenzpflicht im Unterricht vorschreiben. Also damit ist wahrscheinlich auch die Schulpflicht als solche gemeint. Wenn ich das so verstehe, bin ich auch dagegen. Man kann sich tatsächlich die PISA-Ergebnisse anschauen. Man kann sich anschauen, wie unterscheiden sich dort Länder, die Homeschooling erlauben und Homeschooling verbieten. Tatsächlich kann man da keinen Leistungsabfall sehen in Bezug darauf, dass die Leute auch Homeschooling betreiben dürfen. Ich glaube tatsächlich, ich könnte das Wissen, was in der Schule vermittelt wurde, was nötig war, um am Ende das Abitur zu machen, meinem Nachwuchs in der Hälfte der Zeit vermitteln. Und wir hätten mehr Zeit für die Familie und natürlich auch mehr Freizeit. Also ich bin der Meinung, das sollten die Leute selbst entscheiden können. Wobei natürlich dann auch dementsprechend klar sein sollte, wenn das Homeschooling dann schlecht ist, dann wirst du halt auch nichts in diesem Land. Da müsste man wieder über den Sozialstaat reden. Vielleicht könnte man da ja eine Norm einführen. Wenn derjenige halt offensichtlich bei Leistungsstandsüberprüfungen nicht das Niveau erreichen würde, wie in einer normalen öffentlichen Schule, dann sollte man denen nahelegen, ihr Kind vielleicht auch auf eine öffentliche Schule zu schicken. Aber über diese Themen kann man ja diskutieren. Also grundsätzlich lehne ich das ab. Ich finde, Homeschooling sollte erlaubt sein. Es sollte nicht verboten sein. Und wenn man dadurch es hinkriegt, dass das Kind einen Abschluss bekommt, warum nicht? Wie gesagt, bei PISA sehen wir, dass die Homeschooling-Länder jetzt nicht schlechter sind als die, die eine Präsenzpflicht in der Schule haben. Und ich meine, das sollte ja klar sein. Wenn ich gebildet bin, wenn ich die nötigen Bildungsmaterialien bekomme, um Homeschooling zu betreiben oder mir die angeeignet habe, dann ist es natürlich besser, wenn ich individuell nur für ein Kind da sein muss, um seine Bildung zu gewährleisten, als es auf eine öffentliche Schule zu schicken, wo in fünf Sprachen die Stimme der Lehrerin untergeht zwischen fliegenden Papierkugeln und Propaganda. Alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist für uns alle besser, dass unterschiedliche Menschen sich an ihresgleichen halten. Also ich meine, das ist ja gesellschaftlich gesehen der Ist-Zustand. Das scheint ja dann irgendwelche Vorteile zu bringen, sonst hätten wir diese Gesellschaftsordnung so nicht. Auch hier wieder. Also sich an ihresgleichen halten. Also auf welcher Perspektive denn gedacht? Auf der Herkunftsperspektive? Auf der Perspektive, dass sie ein gemeinsames Hobby teilen oder was? Also diese Fragen sind halt echt ein bisschen abstrakt. Ist es zum Beispiel in Städten, bei denen es viele Leute aus verschiedenen Ländern gibt, gut für den Zusammenhalt dieser Stadt, für die gemeinsame Identität? Wir sind jetzt zum Beispiel Hamburger. Wenn sich die Leute eher ihrem Heimatland verpflichtet fühlen und sich nur mit diesen Leuten aufhalten, bilden sich Parallelgesellschaften. Es findet eine Balkanisierung statt. Es gibt keine einheitliche Identität, über die die Leute sich verbunden fühlen. Also das ist gut und schlecht zugleich. Also ich bin hier verschiedener Meinung. Das ist zu unkonkret. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal... Ach großer Gott. Also da widerspreche ich entschieden. Es hat sich gezeigt, dass positive Verstärkung, also die Verstärkung von gewünschten Verhalten durch Belohnung, eine bessere Erziehungsmaßnahme ist als Bestrafung in dieser Form. Und es ist barbarisch. Also nein. Für Kinder ist es ganz natürlich, dass sie vor ihren Eltern einige Geheimnisse für sich behalten. Unabhängig. Ja, das hängt vom Alter ab. Das ist vollkommen normal. Da stimme ich voll und ganz zu. Der Besitz von... Aha, für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein. Da stimme ich voll und ganz zu. Jeder Mensch sollte eigenverantwortlich entscheiden, was er seinem Körper zuführt. Auf der anderen Seite sollten wir natürlich als Mitmenschen dafür verantwortlich sein und Sorge dafür tragen, dass derjenige das immer noch verantwortlich tut. Trifft das zu? Passiert das so? Nein. Aber ob Straftat oder nicht, es ist ja Realität. In jeder großen Stadt. Also wahrscheinlich auch auf dem Land. Aber grundsätzlich sollte jeder frei entscheiden können, was er seinem Körper zuführt. Nach einer Aufklärung natürlich. Die Hauptfunktion der Schulbildung sollte darin bestehen, die künfte Generation für die Arbeitssuche zu rüsten. Ja, es wäre schön, wenn das bei mir der Fall gewesen wäre. Ich glaube, viele Schüler, die jetzt zum Beispiel eine gymnasiale Oberstufe hinter sich haben, sind relativ orientierungslos und werden dadurch auch immer irgendwie ins Studium hineingetrieben, um dann am Ende trotzdem was ganz anderes zu machen, nachdem sie mit dem Studium fertig sind. Es ist auch nur so ein Gefühl von mir. Ich glaube, es sollte eine der Hauptfunktionen von Schulbildung sein, aber natürlich sollte Schulbildung auch eine soziale und gesellschaftliche Bildung mit beinhalten. Schule sollte auch Werte vermitteln. Und da geht es um generelle Werte des sozialen Zusammenlebens und nicht um politische Werte. Das ist wiederum nicht die Aufgabe der Schule. Schule soll nicht politisch indoktrinieren. Also ich stimme zu, dass es eine der Hauptfunktionen ist. Ich glaube, viele kommen relativ ahnungslos und orientierungslos aus der Schule und wissen noch nicht mal, wie man eine Bewerbung schreiben soll. Also ich stimme mal zu, ich würde nicht voll und ganz zustimmen, weil ich glaube, es gibt mehrere Hauptfunktionen, die gleichberechtigt da sein sollten. Menschen mit schweren erblichen Behinderungen sollten sich nicht... Oh, das können wir den Leuten nicht verbieten. Es ist ja immer noch die Freiheit des Einzelnen, das für sich zu entscheiden. Ist es zu einem gewissen Grad unverantwortlich, wenn man weiß, ich vererbe jetzt wahrscheinlich eine schlimme Krankheit damit, wenn ich jetzt mit meinem Partner ein Kind mache, dann darf das durchaus auch gesellschaftlich kritisch gesehen werden. Ja, dann darf auch Kritik an diese Person erhoben werden. Aber wir können den Leuten natürlich nicht verbieten, Kinder zu machen. Es liegt aber in der Verantwortung des Partners, mit dem dann dieser Bund eingegangen wird, da zu entscheiden, ey, ist das Risiko nicht auch ein bisschen zu hoch? Aber am Ende des Tages ist es nun mal die Freiheit der eigenen Menschen. Also da stimme ich. Ich widerspreche entschieden. Das Wichtigste, was Kinder lernen müssen, ist Disziplin zu akzeptieren. Was ist das denn wieder? Was heißt denn Disziplin zu akzeptieren? Wenn überhaupt sollte der Satz doch heißen, das Wichtigste, was Kinder lernen müssen, ist diszipliniert zu sein. Das heißt, eine Disziplin zu akzeptieren. Ich akzeptiere, dass du diszipliniert bist, während ich es nicht bin oder was? Das wäre doch auch eine Akzeptanz der Disziplin. Was sind das für Fragen? Ich würde sagen, dass es sehr wichtig ist, selbst diszipliniert zu sein, weil man nur dann etwas von Bedeutung aufbauen kann in seinem Leben. Ich glaube, nur wenige Leute haben wirklich große Ziele in ihrem Leben erreicht, nur weil sie sich triebgesteuert haben durch den Alltag treiben lassen. Von daher gibt Disziplin in seiner eigenen Art und Weise, in dem Erarbeiten der eigenen Ziele natürlich Sinn und diese zu vermitteln auch. Jetzt kann man das wieder so framen, ja, ja, ja und damit meint man die Staatshörigkeit und alles zu machen, was das Land von einem will und so. Also das ist halt wieder zu abstrakt. Ihr versteht, glaube ich, langsam, was ich meine, was meine Kritik an diesem Test ist. Ich glaube aber für die eigene Entwicklung diszipliniert zu sein. Jeder, der etwas aus sich gemacht hat, ist diszipliniert gewesen im Erreichen dieses Zieles. Von daher stimme ich dem erstmal zu. Ich muss meinem Kind in meinen Augen vermitteln können, wie man diszipliniert an einer Sache arbeitet, um etwas Bedeutendes aufzubauen in seinem Leben. Das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche durch, nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch die Partnerschaft. Auch hier muss man diszipliniert dafür Sorge tragen, dass die Beziehung gut ist und sich da auch nicht einfach so treiben lassen. Okay, also ich stimme hier zu. Es ist das Allerwichtigste, wahrscheinlich nicht unbedingt, deswegen keine volle und ganze Zustimmung. Gut. Es gibt keine wilden und zivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Ja gut, aber wenn die Kultur darin besteht, nicht zivilisiert zu sein, dann trifft ja beides zu. Wenn ich jetzt eine Kultur habe, die darin besteht, dass sie das, was wir als Zivilisation betrachten und das, was wir als Zivilisation betrachten, sehe ich auch durchaus kritisch. Ja, weil Zivilisation heutzutage auch darin besteht, einem TikTok-NPC-Streamer eine Eiscreme zuzuschicken und das wird dann immer repetitiv beantwortet mit Eiscream, jamm, 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 jamm. Also ist das die Zivilisation, die wir wollen? Andere Frage. Man kann das halt aus beiden Blickwinkeln sehen, ja. Ist es die Kultur eines Naturvolkes, nicht zivilisiert zu sein oder sind sie nur in ihren eigenen Maßstäben zivilisiert? Also auch hier wieder, da kann man verschiedener Meinung sein in meinen Augen. Man kann das hier in beide Richtungen verstehen. Von daher, ja, ich mag die Fragen einfach nicht. Wer arbeitsfähig ist und die Chance verweigert, sollte nicht mit der Unterstützung der Gesellschaft rechnen. Da stimme ich voll und ganz zu. Warum soll die Gesellschaft für die Leute aufkommen, die selbst für die Gesellschaft nichts erwirtschaften wollen? Ne, was ist das denn für eine Solidarität? Sollte die Gesellschaft die Leute unterstützen, die nicht arbeitsfähig sind? Ja. Sollte sie die unterstützen, die einfach nicht arbeiten wollen und den Sozialstaat aussaugen wollen? Nein. Es würde viele Probleme in diesem Land lösen, wäre der Sozialstaat nur für die Leute da, die wirklich nicht können. Also die Frage war einfach zu beantworten. Wenn sie Probleme haben, ist es besser, nicht darüber nachzudenken, sondern sich mit fröhlicheren Dingen zu beschäftigen. Was? Dem widerspreche ich entschieden. Probleme zu verdrängen macht sie nur noch schlimmer. Einwanderer der ersten Generation können in ihren neuen Land nie vollständig integriert werden. Ja, ich meine, da könnte man jetzt natürlich die Zuwanderer fragen aus den 90er Jahren. Also ich selbst kenne aus meiner Lebenswirklichkeit, es war damals ein Kindheitsfreund von mir, ein türkischer Kindheitsfreund, der dann in zweiter Generation ein Abitur gemacht hat, ist auch dann am Ende aus Deutschland ausgewandert und hat seine Karriere im Ausland dann verwirklicht. Der war super integriert. Seine Eltern sprechen bis heute Türkisch. Also in Einzelfällen sicherlich möglich. Ein Einwanderer, der jetzt zum Beispiel aus Italien kommt, fließend Deutsch spricht, der wird hier wahrscheinlich nicht zu irgendwelchen sozialen Spannungen führen. Sollte es aber zum Kriegsfall kommen zwischen Italien und Deutschland in irgendeinem Paralleluniversum, würde er dann sich für Deutschland einziehen lassen? Wahrscheinlich eher weniger. Wäre er dann vollständig integriert? Gute Frage. Finde ich die Wehrpflicht gut? Nein. Sollte dann diese Abwägung für meine Antwort eine Rolle spielen? Weiß ich nicht. Also wirklich vollständig? Ich glaube nicht. Ist unrealistisch. Ich glaube, die Vergangenheit hat das gezeigt. Da muss natürlich auch der eigene Wille für da sein. Ich habe es jetzt aus meiner eigenen Lebenswirklichkeit damals mit der türkischen Familie, wo ich damals einen guten Kindheitsfreund hatte, so erfahren, dass die natürlich immer noch eher muslimische Werte leben. Immer noch türkisch zu Hause reden. Und ich denke, einige der türkischen Zuschauer hier werden mir auch zustimmen. Oma und Opa und Mama und Papa werden in der Tendenz wahrscheinlich zu Hause eher türkisch sprechen und damit schlechter Deutsch, als sie eigentlich müssten, um vollständig integriert zu sein. Also ich stimme an dieser Stelle zu. Was für die erfolgreichsten Unternehmen gut ist, ist letztendlich immer gut für uns alle. Dem widerspreche ich entschieden. Kommt wieder auf die Frage an. Aber ich denke nicht. Ja, mittlerweile bin ich der Meinung, dass dem so ist. Ich glaube, wenn der Öffentlich-Rechtliche sich auf dem Markt beweisen müsste und damit einen Ruf zu verteidigen hätte, den er dann auch finanziell einbüßt, wenn er intransparent ist, wenn er manipuliert, dann würde er sich wahrscheinlich auch anders gestalten. Deswegen bin ich der Meinung, Öffentlich-Rechtlicher gehört in meinen Augen abgeschafft. Wir haben genug Zeitungen quer über das gesamte politische Spektrum. Man kann sich ausgewogen informieren und sich dann eine Meinung bilden. Der Öffentlich-Rechtliche ist in meinen Augen so tendenziös, dass das nicht wirklich zu einer neutralen Meinungsbildung beiträgt. Von daher gehört auch der Rundfunkbeitrag abgeschafft. Dieser Neutralitätsanspruch steht halt nur auf dem Papier. Wirklich umgesetzt wird er nicht. Von daher verdienen die, glaube ich, auch nicht das Geld der Allgemeinheit für das, was sie tun. Also da stimme ich voll und ganz zu. Also jetzt wird geprüft, wie sehen wir die Gesellschaft als Ganzes? Ich glaube, das ist eine Frage, die kommt noch aus dem Jahr 2001. Es wird zu einem gewissen Grad notwendig sein, aber es ist eher eine Symptombekämpfung als eine Ursachenbekämpfung des Ganzen. Also ich bin der Meinung, der Staat sollte da eher die Ursachen solcher Bestrebungen bekämpfen, als mit Freiheitseinschränkungen die gesamte Bevölkerung zu gängeln und dann nichts weiter an dem Problem zu unternehmen. Wobei das auch immer ein Vorwand sein kann, um Freiheit einzuschränken. Genauso wie andere Krisen. Die Krisen wechseln sich ab. Ich glaube nicht, dass das hier gerade das präsente Thema ist, gerade in unserem Land. Es ist ja egal, welche Angst. Sie wird ja eh immer dafür genutzt, um unsere Freiheit einzuschränken. Also ich stimme hier mal tendenziell zu. Wobei natürlich die Frage ist, naja, kann man es effektiv wirklich verhindern? Passt sich das hier nicht auch der Art der Einschränkung an, um dann trotzdem ausgeübt zu werden? Ein wesentlicher Vorteil eines Einparteienstaates besteht darin, dass er alle Argumente vermeidet, die den Fortschritt in einem demokratischen politischen System verzögern. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ist das gut für die Menschen? Andere Frage. Wenn es wirklich die Herrschaft des Volkes sein soll, ja, dann muss es halt die Zeit für Abstimmungen geben. In meinen Augen auch auf Volksebene. Ja, Volksabstimmungen. Ich bin ein großer Verfechter davon. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, dass wir 40% Nichtwähler haben, also Leute, die sich ja faktisch entweder aus Resignation oder aus nicht vorhandenem Interesse dagegen entscheiden, überhaupt das bisschen Teilhabe, was sie denn überhaupt haben, einzusetzen. Ich glaube, die wären auch nicht traurig um einen König, weil ihnen ja eh egal ist, wer jetzt an der Macht ist. Ich bin mir da manchmal nicht sicher, wie groß die Abneigung von einem Einparteienstaat wäre, was einen auch in Sorge versetzen kann auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen. Alle vier Jahre machst du ein Kreuz und das war dann die große Demokratie. Mit diesem Glauben, dass du wirklich darin vertraust, man würde dann dein Parteiprogramm umsetzen, was dann durch Koalitionsbildung immer weiter verwischt wird. Und was beeinflusst die Wahlentscheidung? Sind es nicht die Medien? Ist es nicht auch teilweise eine Schattenoligarchie? Der, der die Medien in die Hand hat, beeinflusst die Köpfe und die Köpfe wählen dann wiederum. Also auch dieses System ist nicht lupenrein. Der Weg, das auszuhebeln, wäre zum Beispiel, dass man den Leuten persönlich die Gesetzentwürfe hinlegt und sie da abstimmen müssen auf Bundesebene. Das wäre halt wirkliche Demokratie. Ja, da wäre wirklich das Volk an der Macht. Und es müsste sich nicht die ganze Zeit in ein Vertrauen begeben, dass irgendjemand vielleicht mal wirklich das umsetzt und nicht durch eine Koalition verwischen lässt, was in seinem Programm steht, für das man sie ja auch gewählt hat. Solange nicht gewährleistet ist, dass der Wille des Volkes glaubhaft durch seine Vertreter umgesetzt wird, sind Volksabstimmungen in meinen Augen unvermeidbar, um wirkliche Demokratie herbeizuführen. Sind die Leute dafür kompetent genug? Auch mal wieder eine andere Frage. Aber auch dort ist es dann die Freiheit der Leute halt zu wählen oder nicht. Dann herrschen halt die Leute in der Demokratie, die halt auch daran interessiert sind. Für die Nichtwähler macht das wahrscheinlich eh keinen Unterschied. Oder vielleicht doch, wer weiß. Wenn Nichtwähler unter euch sind, kommentiert gerne. Ob ihr wählen würdet, würde es Volksabstimmungen geben. Obwohl das elektronische Zeitalter die behördliche Überwachung erleichtert, müssen sich nur die Täter Sorgen machen. Dem widerspreche ich entschieden. Sollte klar sein, warum muss ich nicht näher ausführen. Für das schwerste Verbrechen sollte die Todesstrafe eine Option sein, schreiben sie hier. Was ist das schwerste Verbrechen? Ich glaube, da hat jeder seine ganz eigene Vision von. Es gibt viele schlimme Dinge, die man sich vorstellen kann. Ich stimme voll und ganz zu. Allein für die Abschreckungswirkung. In einer zivilisierten Gesellschaft muss es immer Menschen oben geben, denen man gehorchen kann und Menschen unten, denen man Befehle erteilen kann. Das ist halt wieder so hart geframed. Befehle erteilen und so. Also die Leute, die die Geschicke einer Gesellschaft lenken, haben sich halt nun mal in dieser Hierarchie hervorgetan. Das ist etwas, das wird sich immer herausbilden. Auch wenn wir eine komplett staatenlose Gesellschaft hätten, die keinerlei Institution hat, die die Geschicke der Welt dementsprechend lenkt, werden sich diese Hierarchien immer zwischen den Menschen herausbilden. Das liegt in unserer Natur. Also diese Frage ist hier sehr krass geframed. Sie will einen hier hinein nutschen, da entschieden zu widersprechen. Die Sache ist nun mal, es ist halt das, was wir vorfinden. Es ist das, was sich immer herausentwickelt. Hierarchien sind überall zu sehen, ob im Kommunismus oder im Kapitalismus. Von daher stimme ich da voll und ganz zu. Die sind einfach gegeben. Abstrakte Kunst, die nichts darstellt, sollte überhaupt nicht als Kunst betrachtet werden. Ja, ich persönlich betrachte sie nicht als Kunst. Es ist jetzt eine Verschwörungstheorie an der Stelle, aber ich bin der Meinung, dass dieser, zumindest in Teilen, der Markt der abstrakten Kunst eigentlich so eine Art Spekulationsmarkt ist. Böse Stimmen würden sagen, auch einfach ein Mittel zur Geldwäsche. Ich sehe da nicht den menschlichen Geist drin. Den Sinn der Ästhetik, der Schönheit. Und Schönheit ist ein gesellschaftlicher Konsens. Schönheit ist auch objektiv. Ich glaube, wenn wir den Leuten ein Bild von Leonardo da Vinci zeigen und dagegen dann, weiß ich nicht, ein Bild, wo jemand eine Melone an die Wand geworfen hat. Ich glaube, es ist vollkommen klar, welches Bild die Leute wählen würden. Ich habe das Gefühl, da wird manchmal einfach nur eine Begründung dafür geschaffen, da einfach Geld reinzubuttern. Ja, das als Spekulationsobjekt zu betrachten. Da gibt es dann jemanden, der bestimmt dann aus dem leeren Gegriffen einen Wert dafür, was dort veranstaltet wurde, auf der Leinwand zum Beispiel. Und dann wird er halt groß investiert, um das dann weiter zu verkaufen oder so. Ja, um damit dann zum Beispiel auch in manchen Fällen Geld zu waschen. Also nein, also ich betrachte das überhaupt nicht als Kunst. Ist aber auch eine sehr persönliche Frage. Bisher hat mich noch nie ein abstraktes Bild oder ein abstraktes Kunstwerk in irgendeiner Art und Weise wirklich berührt. Hat mir irgendeinen Respekt abgerungen für den Künstler. Meistens, also ich möchte Kunst sehen, die mir klar macht, wow, zu was ist der Mensch heutzutage fähig? Ist das nicht schön? Das ist ja schon fast übermenschlich, wie schön das ist. Und keine Ahnung, also ich war schon in diversen Museen und habe mir das alles angeschaut. Und bei jedem Kunstwerk denke ich mir, das hätte ich auch gekonnt. Und in dem Moment ringt mir das halt keinen Respekt ab. Also ich stimme dazu. In der Strafjustiz sollte die Bestrafung wichtiger sein als die Rehabilitation. Auch hier kann man verschiedener Meinung sein, es kommt auf die Strafe an. Es ist Zeitverschwendung, einige Kriminelle zu rehabilitieren. Da stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, dass bei bestimmten Straftaten die Leute ihre Teilhabe als integralen Bestandteil dieser Gesellschaft verwirkt haben. Und ich glaube, auch da hat jeder sein ganz eigenes Beispiel für eine bestimmte Tat vom inneren Auge. Der Unternehmer und der Hersteller sind wichtiger als der Schriftsteller und der Künstler. Dem widerspreche ich entschieden. Das eine ist das Produkt und das andere ist der Geist und die Seele einer Gesellschaft. Ich widerspreche da entschieden. Wobei, Bücher können wir halt auch nicht essen, ne? Ich meine, durch was überleben wir, wenn die Gesellschaft auf den Abgrund zusteuert? Überleben wir durch den Konsum von hergestellten Gütern oder essen wir ein Gedicht? Ja, okay, ich glaube, ich bin verschiedener Meinung. Mütter mögen zwar Karriere machen, aber ihre erste Pflicht besteht darin, Hausfrauen zu sein. Nein, die erste Pflicht bei Müttern ist, Mutter zu sein. Wobei ich der Meinung bin, dass wenn man ein Kind hat, das Kind vor die Karriere gestellt werden muss, weil man das dem Kind schuldig ist. Wahrscheinlich meinen sie das dann auch mit dem Dasein als Hausfrau. Und wenn ich das so deute, dass ich mein Kind vor finanziellen Gewinn stelle, was dem Kind gerecht werden sollte, in meinen Augen, und dieser Zustand dann Hausfrau genannt wird, dann muss ich dem zustimmen. Wobei dieses Wort halt so abwertend konnotiert ist. Ich bin der Meinung, es ist genauso ehrenhaft und sollte genauso hoch angesehen sein in dieser Gesellschaft, Mutter von vier Kindern zu sein und sich um diese zu Hause zu kümmern. Das ist für mich, in meinen Augen, für die Gesellschaft genauso viel wert, wie ein Vater, der seine Familie ernährt. Also ich stimme dazu, aber finde, dieses Wort hier ist mittlerweile zu negativ konnotiert, zu geladen. Im Endeffekt müsste die Frage hier heißen oder die Aussage, Mütter mögen zwar Karriere machen, aber ihre erste Pflicht besteht darin, Mutter zu sein. Insofern stimme ich dazu, nur für euer Verständnis. Multinationale Unternehmen nutzen die pflanzengenetischen Ressourcen von Entwicklungsländern auf unethische Weise aus. Hier brauche ich ein konkretes Beispiel. Wird wahrscheinlich passieren, kann durchaus sein. Zustimmen. Mache ich jetzt mal erstmal. Frieden mit dem Establishment zu schließen, ist ein wichtiger Aspekt der Reife. Tja, dann sind wir alle, die nicht bei dem Current Thing mitmachen, also einfach nur unreif oder was? Also nein, auf keinen Fall. Also das ist doch eher ein Zeichen von Reife, hinter die Strukturen zu schauen und diese auch kritisieren zu können. Also da widerspreche ich entschieden. Nächste Seite, das ist auch die vorletzte. Astrologie erklärt viele Dinge genau. Astrologie, das ist doch dieses ESO-Zeug, oder? Also ich glaube nicht. Das heißt doch hier, oh hier, du hast das und das Sternzeichen. Wir kommen gut miteinander klar. Also nee, das halte ich für Schwachsinn. Oder hier, oh, die Planeten stehen in einer Reihe. Morgen wird es regnen. Also nein. Man kann nicht moralisch sein, ohne religiös zu sein. Dem stimme ich voll und ganz zu, weil unsere Moral immer religiös anmutenden Idealen untergeordnet ist. Auch in einer sehr atheistischen Gesellschaft, in der wir jetzt leben, gibt es trotzdem immer sehr attraktive Glaubensangebote, bereitgestellt von Establishment, denen man religiös folgen kann. Also Menschen werden immer religiös sein. Das liegt in unserer Natur. Ob man jetzt an einen Gott glaubt oder an die Energiewende und dass sie gut für uns ist. Das ist da einerlei in meinen Augen. Wobei wahrscheinlich da die Religion in seiner Zeitlosigkeit besser für die Menschen ist, weil sie zeitlos ihre Ideale vertritt, egal was der Zeitgeist durch den Mainstream gerade verkörpert, so bietet sie natürlich auch eine Zuflucht für die Leute, die diese brauchen und eine gewisse Distanz zum Mainstream. Also ja, ich glaube, Moral ist immer religiösen Motiven untergeordnet. Wir glauben immer an etwas, auch wenn es kein Gott ist. Das ist klar. Schaut euch die momentan heiß diskutierten politischen Reizthemen an. Da geht es eigentlich auch um Glauben. Also auch Atheisten glauben an etwas. Es heißt nur nicht Gott. Als Mittel zur Unterstützung wirklich benachteiligter ist Wohltätigkeit besser als soziale Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe. Ist doch beides interessant. Bin ja jetzt einfach mal verschiedener Meinung, einfach weil ich glaube, dass verschiedener Meinung hier heißt, kann das und das sein. Manche Leute sind von Natur aus unglücklich. Ja, manche Leute haben die Veranlagung zu Depressionen und daher stimme ich dem voll und ganz zu. Es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt. Kommt auf die Religion an. Wenn es christliche Werte sind, stimme ich voll und ganz zu. Weil ich glaube, dass christliche Moral eine gute Gebrauchsanleitung für eine Gesellschaft ist. Ich glaube, so entwickeln sich auch verschiedene Weltreligionen heraus. Je nachdem, wie die Gesellschaft gestaltet ist, ist auch oft die Religion gestaltet. Und hier sind wir ja auch wieder an dem Punkt. Ob es wichtig ist oder nicht, die Schule vermittelt immer religiöse Werte. Ob diese religiösen Werte an einen Gott glauben, ist eine andere Frage. Also hier stimme ich auch voll und ganz zu, weil sie das halt eh immer tut. Wenn ich mich entscheiden könnte, wären es die Christlichen. Wir können mir da gerne widersprechen. Aber hier geht es mir um die moralische Komponente. Es muss jetzt nicht der Glaube sein, aber die Werte wie Nächstenliebe, die grundsätzlich eine gute Idee für das gesellschaftliche Zusammenleben darstellen. Nein, da stimme ich dann durchaus zu. Das alles funktioniert natürlich auch nur in einer Gesellschaft, wo dann eine Religion natürlich eher die dominante moralische Leitlinie darstellt. Also hätte ich die Wahl zwischen einer staatlichen Schule, in der man meinem Kind, ja weiß ich nicht, von den vielen Geschlechtern erzählt, oder von einer, weiß ich nicht, christlichen Privatschule, dann würde ich wahrscheinlich die Privatschule nehmen, ja. Und hätte ich die Kapazitäten für Homeschooling, würde ich Homeschooling nehmen. So, und hier wird es dann wahrscheinlich, genau, sehr intim. Hier geht es auf die Ebene des Aktes. Letzte Seite. Also, der Verkehr außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch. Da kann man verschiedener Meinung sein. Ich bin ja jetzt kein christlicher Fundamentalist oder so, weiß aber, dass je größer die Partnerzahl vor der Ehe ist, so auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Ehe scheitert. Die Ehen, die am längsten halten, sind die, wo die Partner vorher am wenigsten Partner hatten. Aber das ist eher ein Fakt als eine moralische Frage. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, der Akt außerhalb der Beziehung ist eher unmoralisch, weil man sich da natürlich in seiner Selbstwürde herabsetzt auf das Niveau eines Werkzeuges, was benutzt wird. Das finde ich zu einem gewissen Grad entmenschlichend, aber hier in Bezug auf die Ehe bin ich verschiedener Meinung. Gut. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebevollen Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Kinderadoption ausgeschlossen werden. Kinder. Ich bin persönlich der Meinung, dass ein Kind immer eine Mutter- und eine Vaterfigur braucht. Bevor aber ein Kind gar keine Eltern hat, bin ich natürlich der Meinung, eine stabile, liebevolle Beziehung vorherrscht. Warum sollte man die Leute ausschließen? Das Leben des Kindes kann nur besser werden durch Eltern. Aber Adoption ist an sich sowieso sehr schwer. Da geht man nicht einfach hin und sagt, geben Sie mir mal ein Kind mit. Ja, hier geht es um Erwachsenenfilme. Die einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein. Dem stimme ich zu. Jeder darf sich anschauen, was er möchte. Aber es bräuchte ein anderes gesellschaftliches Klima in Bezug darauf. Ich glaube, es braucht mehr gesellschaftliche Ächtung. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir die negativen Folgen eines übermäßigen Konsums davon zu sehr ausblenden und das Ganze nicht kritisch genug betrachten. Das macht was mit dem Gehirn. Es gibt auch eine Tendenz zum Extremen, die dann aufkommt, weil irgendwann der Reiz wichtig ist und dieser immer aufrechterhalten werden muss. Und so muss die Dosis erhöht werden. Und da, ja, in diesem Fall kann sich jeder vorstellen, wie das aussieht. Da wird es dann immer absurder. Von daher sollte darüber aufgeklärt sein. Und es sollte ein gesellschaftliches Stigma in dieser Hinsicht durchaus bestehen, in meinen Augen. Es ist natürlich am Ende des Tages Privatsache. Und legal sollte es durchaus sein. Verbieten kann man es wahrscheinlich eh nicht. Wären wir eine bessere Gesellschaft ohne das? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Was in einem privaten Schlafzimmer zwischen einwilligen Erwachsenen vor sich geht, geht dem Staat nichts an. Dem stimme ich voll und ganz zu. Dem Staat geht mein Privatleben nichts an. Niemand kann sich von Natur aus fühlen, sagt hier diese Frage und diese Aussage. Da frage ich mich auch immer, warum wird das nicht mehr erforscht? Ich bin schon der Meinung, dass Sexualität zu einem gewissen Grad auch gesellschaftlich geprägt ist. Ich meine, da kann man in die Verhaltensbiologie gehen. Da ist allgemeiner Konsens, dass Verhalten und wir reden hier über ein Verhalten sexueller Natur immer zu einem Teil genetisch beeinflusst ist und zu einem anderen Teil durch das Umfeld. Kann man sich so fühlen? Von Natur aus? Wahrscheinlich schon. Spielt bei vielen Leuten aber auch ein Ereignis aus der Kindheit eine Rolle oder eine gesellschaftliche Prägung um sie herum? Ich glaube, das kann man auch nicht ausschließen. Von daher bin ich da verschiedener Meinung, weil ich glaube, dass ein gesellschaftlicher Einfluss auf die Sexualität und der natürliche Einfluss miteinander in einem dialektischen Verhältnis stehen. Aber das glaube ich auch nur, das weiß ich nicht. Ich frage mich, warum man da nicht mehr forscht. Heutzutage ist die Offenheit gegenüber dem hier zu weit gegangen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich denke, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich bin der Meinung, dass dieses Thema in die privaten Schlafzimmer gehört und dass die Öffentlichkeit viel zu sexualisiert ist. Und das fängt dann dann, und ich meine, jeder sieht es, Also hier laufen teilweise wirklich junge Menschen herum in einer Art und Weise, wie Erwachsene damals nur im privaten Rahmen im Schlafzimmer sich gegenübergetreten sind. Also ja, da ist man zu weit gegangen. Schauen wir, wo ich stehe, meine lieben Freunde. Das hier ist nochmal das Grid, was ich vorhin diskutiert habe. Hier sehen wir, wo die Länder stehen. Auch sehr interessant. Und wir sind anscheinend hier. Ja, okay. Also euer Clownie ist weder links noch rechts. Er ist weder autoritär noch libertär. Also ich glaube hier, diese, das hier kann Variant sein. Also der Punkt könnte auch genau hier sein. Meine lieben Leute, ihr seht, ich mache es von der Frage abhängig, wie ich stehe. Und ja, anscheinend bin ich links libertär, aber halt auch nicht so, als dass man nicht auch sagen könnte, ich bin rechts libertär oder autoritär. Also hier sind wir dann doch immer von der Sachfrage abhängig. Ich hoffe, das hat für einige Leute einen Erkenntnisgewinn gebracht. Wie gesagt, ich persönlich glaube, der Test ordnet mich nicht richtig ein. Und diese Darstellung kann die Komplexität der Politik nicht wirklich abbilden. Aber sei es drum, hier habt ihr es. Also für die Kritiker unter euch, die an diesen Tests glauben, hier sieht man nicht den Rechtsextremismus. Okay, das muss uns reichen. Das war der politische Kompass für euch. Ich danke euch nochmal viermal für die 100.000 Abonnenten. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ein bisschen schwachsinnige politische Tests zu machen, schadet nie. Und f*** PC. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.